Ich heiße Claudia Klaunberg und bin 47 Jahre alt. Anderen Menschen helfen, durch die Natur zu gehen, mit meinem Hund spazieren zu gehen, relaxen. Meine Wut auf meine Kinder, besonders auf meinen älteren Sohn. Und da wollte ich ergründen, wo diese Wut herkommt, damit ich im täglichen einfach liebevoller wieder mit ihm umgehen kann. Dass er mir hilft, diese Wut anzuschauen und mir vielleicht Dinge mit an die Hand zu geben, diese Wut im täglichen Leben anders auszuleben. Wut ist ja nichts Negatives. Absolut. Komisch, weil ich immer was ganz Großes erwartet habe und festgestellt habe, dass es manchmal gar nicht das Große ist, sondern die kleinen Dinge. Auf jeden Fall. Sohn